Morgen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mario Strikers Battle League Football und in der letzten Folge haben wir uns den Muskelpokal geholt und heute holen wir uns den Trickpokal aber da müssen wir erstmal ein bisschen aufrüsten und zwar ist Luigi in der letzten Folge Spieler des Turniers geworden und der wird jetzt erstmal zu Recht auch abgeradet und was geben wir ihnen denn? Schüsse, aber Tempo runter? Nein, wir müssen Tempo hoch machen, wir müssen Safe Tempo hoch machen die Handschuhe sehen auch nice aus, Tempo passend runter? Technik runter? Nein Ja, der Schuss muss aufgebessert werden für Luigi Feine Die Dinger finde ich eigentlich ganz nice, aber die machen den Schuss weiter runter Ja, nehmen wir die hier und dann können wir noch eine Sache für DK mal mitnehmen Das sieht nice aus, der Helm Da wollen wir erstmal was anderes für ihn holen Ey, hier hat er so Flügel Alter, das ist so ein Wie heißt die Sportart? American Football oder American Football, wo man diese Kleidung anhat Ich wollte erst Rugby sagen, aber ich glaube bei Rugby hat man keine Kleidung an Ja, der macht den Schuss weiter runter, aber dafür die Kraft sehr hoch Okay, warte mal, wir holen uns erstmal hier diesen Helm, den fand ich eigentlich ganz nice Den hat er auf DK in der letzten Folge vom Gegner Team Äh, nicht Einzelspieler Äh, Pokal Krieg Pokal, das ist der vorletzte Pokal erstmal für von denen hier Der Nacht, glaube ich, kommen schwerere Hallo, Eiji Dann Donkey Kong Wen nehmen wir denn noch mit? Trickreich Wer kann denn gut tricksen? Mario, okay Jaa, Mashallah Mario Kann denn noch gut tricksen War Luigi Komm, nehmen wir mal War Luigi mit Äh Ja, ohne Rüstung, weil du kann ja besser tricksen Und wir nehmen Grün für Luigi Komm, wir nehmen mal den, äh Den Dschungel Für DK Passt ja auch zu Grün Warriors gegen Riders Okay, okay, okay War Luigi Bowser Ähm War Wario Und Peach Moin Boom Boom Warte echt noch drauf, bis man endlich neue Torhüter bekommt Äh, war Luigi Den Grün sieht auch nice aus Wario in Lila Da kennt er sich ja gut mit aus Mit der Farbe Lila Ja Jetzt War Luigi mit dem ersten Schuss Oh, schön Und da Steht es 1 zu 0 Für die Riders Durch Bowser Ja, stark gemacht War ein bisschen unübersichtlich für mich Das haben die aber auch sehr gut gemacht Jetzt einmal das Item hier holen Ah, schade Und jetzt Mario Und der Ausgleichstrepper In der 34. Sekunde Ja 1-1 steht es jetzt Ja, Peach Oh, schade Die Bowser Und Mario Kommst du nicht vorbei Nein 2-1 In der In der ersten Minute Und 12 Sekunden Wario Alter Kommt Perfekt D.K. Maschallah Echt geiles Doro Da Da Sagt er Seine Tanzskills Oh, schön Schade Oh, ein schönes Ding Von Luigi. Luigi. Ah, und so holen wir uns direkt den Ball. Mario. Schade, DK. Schade. Und der geht rein. 5 zu 2. DK. Sorry, falls ich gerade gegen das Mikrofon gekommen bin. Ah, der musste sein. Uuuuh. Bum, bum, ey. Bleib im Tor. Hä, wie hat er den denn geschossen? Schönes Tor von Bowser, muss ich sagen. Na? Oh, Alter, Luigi. Hoie. Boah, wie er sich denn da so nimmt und dann umdreht und dann ballert. Donkey Kong. Die Moment. Und das kann nicht wahr sein, 6 zu 4. Ich war zu gierig aufs Item und auf den Hyperschuss. Ah, Barrio hat auch die Null. Ah, Barrio hat auch die Null. Aber DK macht das nicht. Ah, oder? Orange und orange. Komm. Komm. Oh, Posten. Und da kommt das 7 zu 4. Donkey Kong rasiert. Ja, war Luigi. Ja, 4 zu 1. Das war's. Wir gewinnen. Luigi number 1. Warum hast du nur die 2? Und Donkey Kong immer mit dem Daumen nach oben. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben schon mal da. Für unseren epischen Sieg hier. Okay, nein. Wir spielen hier nicht Fortnite. 50-50 Ballbesitz. Okay. Und wir spielen gegen die Blizzards. Und wir spielen gegen die Blizzards. Und wir spielen gegen die Blizzards. Moin Luigi Und es geht ran gegen Rosalina Und Wario, Mario und Toad Komm, muss ich hier die ganze Zeit tacklen? Ja, muss ich anscheinend Oh, wir kriegen aber direkt immer als erstes ein Tor rein Das kann nicht wahr sein Na, kriegen wir direkt ein Item Auf dem falschen Ah, schade Und Rosalina mit dem 2 zu 0 Ja, Luigi Reiß sich mal ein bisschen zusammen Zwei Items direkt Oh, perfekt Oh, fuck Bombe falsch platiert Oh, Mario, perfekt Oh, nein Das kann nicht wahr sein Da gönnen sie sich da halt einfach noch das 13 zu 0 Wir werden hier ganz schön rasiert Von Team Rosalina und dem Blizzard Ja, nehmt direkt mal die Items mit Na Und schöner Winkelschuss Von Luigi Der wird bum bum sauer Der weiß Er will Es wird nicht das letzte Mal sein Und Schönes Ding 2 zu 3 Goal 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 Anker LoLigi Let's it go Gah, wie dann Mario noch mit seinem Bauch ankommt Mario lässt sich da von der Banane obrumpeln oder war das Luigi ich mein Gott nicht aufgepasst jetzt aber doch einmal blau ich kann dieses Spiel verarscht mich so komplett und kann ich das geschenk mitnehmen nice ja und 3-3 Ausgleich D.K. da wird Rosalina sauer da haben wir uns sauber den Ball ah nein war Luigi was war das denn Bro wir haben nicht mehr viel Zeit für den Hyperschuss komm 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 schnell ja nice zweimal blau D.K. du bist einfach der Beste gerade da holen wir uns die Führung 5 zu 3 das sind noch eine Minute knapp zu spielen das kann auch hier passieren war Luigi so schön gemacht ah Mario schade ah ich hätte nichts ah jetzt kommt perfekt ich war doch wieder egal ich war doch zweimal blau komm 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 Alter, wird der Toad weggauen Ah, Alberschuss für Wario Oh Ah, schade Aber damit gewinnen wir 7 zu 3 gegen die Blizzards Damit fangen wir direkt ins Finale Wir spielen nochmal gegen die Riders Okay Ja, der Ladevorgang dauert ganz schön lange gerade Ja, das können wir skippen Das haben wir ja schon gesehen Ah, super macht Luigi Und jetzt Mario Dem ersten Schuss dieses Spiels Luigi Ah, Donkey Kong Schade Oh Mario Ah, Peach den Ball abgenommen Und jetzt Mit Tackles machen wir das hier ganz schön gut Zur Zeit Überschuss hole ihn dir Na man Donkey Kong Kann nicht wahr sein Oh, schön Donkey Kong Und Luigi Macht endlich das erste Tor 1 zu 0 Luigi Luigi Time Ah 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 War Luigi Und TK 2 zu 0 Schöner Breakdance So Haben wir den Hyperschuss Ah Shit Na Als ob ich mich jetzt selber damit getroffen hab Und Donkey Kong Boom boom Held Oh Schade Oh 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 Na man Das Item wollte ich nie Holen Ah Come on Schade. Gut, Donkey. Kann nicht wahr sein. Tega, nein. 2-1. Okay, das wird hier sehr knapp gerade. Oh, Baby. Waren wir auf Zeitspielen? Ich weiß ja nicht. Oh, das war Scheiße. Und Luigi noch mit dem 3-1. Ja. 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 Oh, sauber, Donkey. Aber wir gewinnen das Spiel. Das Finale. 3-1. Luigi number 1. Luigi number 1. Da haste recht. Ja. So, jetzt machen wir das Tor hier an. Sehr schön. Und jetzt möchte ich meinen Pokal haben. Ja. 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 Da ist wieder des Turniers. Ja. Und damit haben wir Profi-Pokal freigeschaltet. Okay. Ah, mal schauen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Den Pokal können wir uns doch holen. Aber den holen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.